Die Bedeutung des Schönen in der exakten Naturwissenschaft Wenn ein Vertreter der Naturwissenschaft bei einer Veranstaltung der Akademie der Schönen Künste das Wort nehmen soll, so kann er es kaum wagen, zum Thema Kunst Meinungen zu äußern, denn die Künste liegen ja seinem eigenen Arbeitsgebiet fern. Aber vielleicht darf er das Problem des Schönen aufgreifen. Denn das Epitheton »Schön« wird hier zwar zur Charakterisierung der Künste verwendet, aber der Bereich des Schönen reicht ja über ihr Wirkungsfeld weit hinaus. Er umfasst sicher auch andere Gebiete des geistigen Lebens. Und die Schönheit der Natur spiegelt sich auch in der Schönheit der Naturwissenschaft. Vielleicht ist es gut, wenn wir zunächst ohne jeden Versuch einer philosophischen Analyse des Begriffs »Schön« einfach fragen, wo im Umkreis der exakten Wissenschaften uns das Schöne begegnen kann. Hier darf ich vielleicht mit einem kleinen persönlichen Erlebnis beginnen. Als ich als kleiner Junge die untersten Klassen des Max-Gymnasiums hier in München besuchte, interessierte ich mich für Zahlen. Es machte mir Freude, ihre Eigenschaften zu kennen, zum Beispiel zu wissen, ob sie Primzahlen seien oder nicht, und zu probieren, ob sie vielleicht als Summen von Quadratzahlen dargestellt werden können, oder schließlich zu beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen geben muss. Da mein Vater nun meine Lateinkenntnisse viel wichtiger fand als meine Zahleninteressen, brachte er mir einmal von der Staatsbibliothek eine lateinisch geschriebene Abhandlung des Mathematikers Kronecker mit, in der die Eigenschaften der ganzen Zahlen in Beziehung gesetzt wurden zu den geometrischen Problemen, einen Kreis in eine Anzahl gleicher Teile zu teilen. Wer mein Vater gerade auf diese Untersuchung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts verfallen ist, weiß ich nicht. Aber das Studium der kroneckerschen Abhandlung machte mir einen tiefen Eindruck. Denn ich empfand es ganz unmittelbar als schön, dass man aus dem Problem der Kreisteilung, dessen einfachste Fälle uns ja aus der Schule bekannt waren, etwas über die ganz andersartigen Fragen der elementaren Zahlentheorie lernen konnte. Ganz in der Ferne glitt wohl auch schon die Frage vorbei, ob es die ganzen Zahlen und die geometrischen Formen gibt, das heißt, ob es sie außerhalb des menschlichen Geistes gibt, oder ob sie nur von diesem Geist als Werkzeug zum Verständnis der Welt gebildet worden sind. Aber über solche Probleme konnte ich damals noch nicht nachdenken. Nur der Eindruck von etwas sehr Schönem war ganz direkt, er bedurfte keiner Begründung oder Erklärung. Aber was war hier schön? Schon in der Antike gab es zwei Definitionen der Schönheit, die in einem gewissen Gegensatz zueinander standen. Die Kontroverse zwischen diesen beiden Definitionen hat besonders in der Renaissance eine große Rolle gespielt. Die eine bezeichnet die Schönheit als die richtige Übereinstimmung der Teile miteinander und mit dem Ganzen. Die andere, auf Plotin zurückgehend, ohne jede Bezugnahme auf Teile, bezeichnet sie als das Durchleuchten des ewigen Glanzes des Einen durch die materielle Erscheinung. Wir werden uns bei dem mathematischen Beispiel zunächst an die erste Definition halten müssen. Die Teile, das sind hier die Eigenschaften der ganzen Zahlen, Gesetze über geometrische Konstruktionen, und das Ganze ist offenbar das dahinterstehende mathematische Axiomensystem, zu dem die Arithmetik und die euklidische Geometrie gehören. Wir erkennen, dass diese einzelnen Teile zusammenpassen, dass sie eben als Teile zu diesem Ganzen gehören, und wir empfinden die Geschlossenheit und Einfachheit dieses Axiomensystems ohne jede Reflexion als schön. Die Schönheit hat also zu tun mit dem uralten Problem des Einen und des Vielen, das damals in engem Zusammenhang mit dem Problem von Sein und Werden im Mittelpunkt der frühen griechischen Philosophie gestanden hat. Da auch die Wurzeln der exakten Naturwissenschaft eben an dieser Stelle liegen, wird es gut sein, die Denkbewegungen jener frühen Epoche in groben Umrissen nachzuzeichnen. Am Anfang der griechischen Naturphilosophie steht die Frage nach dem Grundprinzip, von dem aus die bunte Vielfalt der Erscheinungen verständlich gemacht werden kann. Die bekannte Antwort des Tales, Wasser ist der materielle Urgrund aller Dinge, enthält, so seltsam sie uns anmutet, nach Nietzsche drei philosophische Grundforderungen, die in der späteren Entwicklung wichtig geworden sind. Nämlich erstens, dass man nach einem solchen einheitlichen Grundprinzip suchen sollte. Zweitens, dass die Antwort nur rational, das heißt nicht durch den Hinweis auf einen Mythos gegeben werden dürfte. Und schließlich drittens, dass die materielle Seite der Welt hier eine entscheidende Rolle spielen müsse. Hinter diesen Forderungen steht natürlich unausgesprochen die Erkenntnis, dass Verstehen immer nur heißen kann. Zusammenhänge, das heißt einheitliche Züge, Merkmale der Verwandtschaft in der Vielfalt zu erkennen. Wenn es aber einen solchen einheitlichen Urgrund aller Dinge gibt, so wird man unweigerlich zu der Frage gedrängt, und das war der nächste Schritt auf diesem Denkwege, wie denn aus ihm die Veränderung verständlich gemacht werden kann. Die Schwierigkeit ist besonders in der berühmten Paradoxie des Parimedes zu erkennen. Nur das Seiende ist, das Nichtseiende ist nicht. Wenn aber nur das Seiende ist, so kann es auch nichts außerhalb des Seienden geben, das dieses Seiende gliedert, das Veränderungen veranlassen könnte. Also müsste das Seiende ewig, einförmig, zeitlich und räumlich unbegrenzt gedacht werden. Diese Veränderungen, die wir erleben, könnten also nur Schein sein. Bei dieser Paradoxie konnte das griechische Denken nicht lange stehen bleiben. Der ewige Wechsel der Erscheinungen war unmittelbar gegeben, ihn galt es zu erklären. Bei dem Versuch, diese Schwierigkeit zu überwinden, wurden von verschiedenen Philosophen verschiedene Richtungen eingeschlagen. Ein Weg führte zur Atomlehre des Demokrit. Neben dem Seienden kann es das Nichtseiende doch als Möglichkeit geben, nämlich als Möglichkeit zu Bewegung und Form, und das heißt als leeren Raum. Das Seiende ist wiederholbar, und so kommt man zu dem Bild der Atome im leeren Raum. Das dem Bild, das später als Grundlage der Naturwissenschaft so unendlich fruchtbar geworden ist. Aber von diesem Weg soll hier nicht weiter die Rede sein. Vielmehr soll der andere Weg genauer geschildert werden, der zu den Ideen Platos geführt hat, und der uns unmittelbar an die Probleme des Schönen heranbringt. Dieser Weg beginnt in der Schule des Pythagoras. In ihr soll der Gedanke entstanden sein, dass die Mathematik, die mathematische Ordnung, das Grundprinzip sei, von dem aus die Vielfalt der Erscheinungen verständlich gemacht werden könnte. Von Pythagoras selbst ist nur wenig bekannt. Sein Schülerkreis erscheint eher eine religiöse Sekte gewesen zu sein, und mit Sicherheit lassen sich nur die Lehre von der Seelenwanderung und die Aufstellung gewisser religiös sittliche Gebote und Verbote auf Pythagoras zurückführen. In diesem Schülerkreis aber spielte, und das war für die spätere Zeit das Entscheidende, die Beschäftigung mit Musik und Mathematik eine wichtige Rolle. Hier soll von Pythagoras die berühmte Entdeckung gemacht worden sein, dass gleichgespannte schwingende Seiten dann harmonisch zusammenklingen, wenn ihre Längen in einem einfachen rationalen Zahlenverhältnis stehen. Die mathematische Struktur, nämlich das rationale Zahlenverhältnis als Quelle der Harmonie, das war sicher eine der folgeschwersten Entdeckungen, die in der Geschichte der Menschheit überhaupt gemacht worden ist. Das harmonische Zusammentönen zweier Seiten ergibt einen schönen Klang. Das menschliche Ohr empfindet die Dissonanz durch die aus den Schwebungen entstehende Unruhe als störend, aber die Ruhe der Harmonie, die Konsonanz, als schön. Die mathematische Beziehung war damit auch die Quelle des Schönen. Die Schönheit ist, so lautete die eine der antiken Definitionen, die richtige Übereinstimmung der Teile miteinander und mit dem Ganzen. Die Teile sind hier die einzelnen Töne, das Ganze ist der harmonische Klang. Die mathematische Beziehung kann also zwei zunächst unabhängige Teile zu etwas Ganzem zusammenfügen und damit Schönes hervorbringen. Es war diese Entdeckung, die in der Lehre der Pythagorea den Durchbruch zu ganz neuen Formen des Denkens bewirkt und dazu geführt hat, dass als Urgrund alles Seienden nicht mehr ein sinnlicher Stoff wie das Wasser bei Thales, sondern ein ideelles Formprinzip angesehen wurde. Damit war ein Grundgedanke ausgesprochen, der später das Fundament aller exakten Naturwissenschaften gebildet hat. Aristoteles berichtet in seiner Metaphysik über die Pythagorea. Sie beschäftigten sich zuerst mit der Mathematik, förderten sie und in ihr aufgezogen, hielten sie die mathematischen Prinzipien für die Prinzipien alles Seienden. Und in den Zahlen die Eigenschaften und Gründe der Harmonie erblickend, da ihnen das Andere seiner ganzen Natur nach den Zahlen nachgebildet erschien, die Zahlen aber das Erste in der ganzen Natur. So fassten sie die Elemente der Zahlen als die Elemente aller Dinge auf und das ganze Weltall als Harmonie und Zahl. Das Verständnis der bunten Mannigfaltigkeit der Erscheinungen soll also dadurch zustande kommen, dass wir in ihr einheitliche Formprinzipien erkennen, die in der Sprache der Mathematik ausgedrückt werden können. Damit wird auch ein enger Zusammenhang zwischen dem Verständlichen und dem Schönen hergestellt. Denn wenn das Schöne als Übereinstimmung der Teile untereinander und mit dem Ganzen erkannt wird, und wenn andererseits alles Verständnis erst durch diesen formalen Zusammenhang zustande kommen kann, so wird das Erlebnis des Schönen fast identisch mit dem Erlebnis des Verstandenen oder wenigstens geahnten Zusammenhangs. Der nächste Schritt auf diesem Weg ist von Plato durch die Formulierung seiner Ideenlehre getan worden. Plato stellt den unvollkommenen Gebildeten der körperlichen Sinneswelt die vollkommenen mathematischen Formen gegenüber, etwa den unvollkommenen Kreisbahnen der Gestirne, den vollkommenen mathematisch definierten Kreis. Die materiellen Dinge sind die Abbilder, die Schaubilder der idealen wirklichen Gestalten und, so werden wir heute versucht fortzusetzen, diese idealen Gestalten sind wirklich, weil und insofern sie im materiellen Geschehen wirksam werden. Plato unterscheidet also hier in voller Klarheit ein den Sinnen zugängliches körperliches Sein und ein rein ideelles Sein, das nicht durch die Sinne, sondern nur in geistigen Akten erfassbar wird. Dabei bedarf dieses ideelle Sein keineswegs des menschlichen Denkens, um von ihm hervorgebracht zu werden. Es ist im Gegenteil das eigentliche Sein, dem die körperliche Welt und das menschliche Denken erst nachgebildet sind. Das Erfassen der Ideen durch den menschlichen Geist ist, wie schon der Name sagt, mehr ein künstlerisches Schauen, ein halbbewusstes Ahnen als ein verstandesmäßiges Erkennen. Es ist eine Wiedererinnerung an Formen, die dieser Seele schon vor ihrem Erdendasein eingepflanzt worden sind. Die zentrale Idee ist die des Schönen und Guten, in der das Göttliche sichtbar wird und bei deren Anblick die Flügel der Seele wachsen. An einer Stelle im Freidos wird der Gedanke ausgesprochen, die Seele erschrickt, sie erschauert beim Anblick des Schönen, da sie spürt, daß etwas in ihr aufgerufen wird, daß ihr nicht von außen durch die Sinne zugetragen worden ist, sondern daß in ihr, in einem tiefen, unbewussten Bereich, schon immer angelangt war. Aber kehren wir wieder zum Verstehen und damit zur Naturwissenschaft zurück. Die bunte Vielfalt der Erscheinungen kann also verstanden werden, so sagen Pythagoras und Plato, weil und insofern hier einheitliche Formprinzipien zugrunde liegen, die einer mathematischen Darstellung zugänglich sind. Damit ist eigentlich schon das ganze Programm der heutigen exakten Naturwissenschaft vorweggenommen. Aber es konnte im Altertum nicht durchgeführt werden, da die empirische Kenntnis der Einzelheiten im Naturgeschehen weitgehend fehlte. Der erste Versuch, sich auch in diese Einzelheiten zu vertiefen, ist bekanntlich in der Philosophie des Aristoteles unternommen worden, aber bei der unendlichen Fülle, die sich dem beobachtenden Naturforscher hier zunächst darbot, bei dem völligen Fehlen irgendwelche Gesichtspunkte, von denen aus eine Ordnung hätte erkennbar sein können, mussten die einheitlichen Formprinzipien, nach denen Pythagoras und Plato gefragt hatten, jetzt gegenüber der Beschreibung der Einzelheiten zurücktreten. So tut sich schon in jener Zeit der Gegensatz auf, der sich bis heute etwa in der Diskussion zwischen der experimentellen und der theoretischen Physik gehalten hat. Der Gegensatz zwischen dem Empiriker, der durch sorgfältige und gewissenhafte Kleinarbeit erst die Voraussetzungen für ein Verständnis der Natur schafft und dem Theoretiker, der mathematische Bilder entwirft, nach denen er die Natur zu ordnen und damit zu verstehen sucht. Mathematische Bilder, die sich nicht nur durch die richtige Darstellung der Erfahrung, sondern vor allem auch durch ihre Einfachheit und Schönheit als die wahren, dem Naturgeschehen zugrunde liegenden Ideen erweisen. Schon Aristoteles sprach als Empiriker kritisch über die Pythagoreer, die, wie er sagte, nicht im Hinblick auf die Tatsachen nach Erklärungen und Theorien suchten, sondern im Hinblick auf gewisse Theorien und Lieblingsmeinungen an den Tatsachen zerrten und sich, man möchte sagen, als Mitordner des Weltalls aufspielten. Rückblickend auf die Geschichte der exakten Naturwissenschaft kann man vielleicht feststellen, dass sich die richtige Darstellung der Naturerscheinungen gerade aus der Spannung zwischen den beiden gegensätzlichen Auffassungen entwickelt hat. Die reine mathematische Spekulation wird unfruchtbar, weil sie aus einem Spiel mit der Fülle der möglichen Formen nicht mehr zurückfindet zu den ganz wenigen Formen, nach denen die Natur wirklich gebildet ist. Und die reine Empirie wird unfruchtbar, weil sie schließlich in endlosen Tabellenwerken ohne inneren Zusammenhang erstickt. Nur aus der Spannung, aus dem Spiel zwischen der Fülle der Tatsachen und den vielleicht dazu passenden mathematischen Formen können die entscheidenden Fortschritte kommen. Aber diese Spannung konnte in der Antike nicht mehr aufgenommen werden und so trennte sich der Weg zur Erkenntnis für lange Zeit von dem Weg zum Schönen. Die Bedeutung des Schönen für das Verständnis der Natur wurde erst wieder deutlich sichtbar, als man mit dem Begriff der Neuzeit von Aristoteles zu Plato zurückgefunden hatte. Und erst durch diese Wendung offenbarte sich die ganze Fruchtbarkeit der von Pythagoras und Plato eingeleiteten Denkweise. Schon die berühmten Fallversuche, die Galilei wohl doch nicht am schiefen Turm von Pisa vorgenommen hat, zeigen das aufs Deutlichste. Galilei beginnt mit sorgfältigen Beobachtungen ohne Rücksicht auf die Autorität des Aristoteles, doch er versucht, den Lehren des Pythagoras und Platos folgend, mathematische Formeln zu finden, die den empirisch gewonnenen Tatsachen entsprechen, und so gelangt er zu seinen Fallgesetzen. Aber er muss, und das ist ein entscheidender Punkt, um die Schönheit mathematischer Formen in den Erscheinungen wiederzuerkennen, die Tatsachen idealisieren, oder, wie Aristoteles tadelnd formuliert hatte, sie verzerren. Aristoteles hatte gelehrt, dass alle bewegten Körper ohne Einwirkung von äußeren Kräften schließlich zur Ruhe kommen, und das war die allgemeine Erfahrung. Galilei behauptet im Gegenteil, dass die Körper ohne äußere Kräfte im Zustand gleichförmiger Bewegung verharren. Galilei konnte diese Verzerrung der Tatsachen wagen, weil er darauf hinweisen konnte, dass bewegte Körper ja stets einem Reibungswiderstand ausgesetzt sind und dass die Bewegung in der Tat umso länger bestehen bleibt, je besser die Reibungseffekte ausgeschaltet werden können. Er gewann für diese Verzerrung der Tatsachen, für diese Idealisierung, ein einfaches mathematisches Gesetz, und das war der Anfang der neuzeitlichen, exakten Naturwissenschaft. Einige Jahre später gelang es Kepler, in den Ergebnissen seiner sehr sorgfältigen Beobachtungen über die Planetenbahnen neue mathematische Formeln zu entdecken und seine berühmten drei Keplerschen Gesetze zu formulieren. Wie nahe sich Kepler bei diesen Entdeckungen den alten Gedankengängen des Pythagoras fühlte und wie sehr die Schönheit der Zusammenhänge bei ihrer Formulierung ihn leitete, geht schon daraus hervor, dass er die Umschwinge der Planeten und die Sonne mit Schwingungen einer Seite verglich und von einem harmonischen Zusammenklang der verschiedenen Planetenbahnen sprach, von der Harmonie der Sphären und dass er schließlich am Ende seines Werkes über die Weltharmonie in den Jubelruf ausbricht, dir sage ich Dank, Herrgott, unser Schöpfer, dass du mich die Schönheit schauen lässt in deinem Schöpfungswerk. Kepler war zutiefst ergriffen davon, dass er hier auf einen ganz zentralen Zusammenhang gestoßen war, der nicht von Menschen erdacht und den zum ersten Mal zu erkennen ihm vorbehalten war. Einen Zusammenhang von höchster Schönheit. Einige Jahrzehnte später hat Isaac Newton in England diesen Zusammenhang vollends freigelegt und in seinem großen Werk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica im Einzelnen beschrieben. Damit war der Weg der exakten Naturwissenschaft für fast zwei Jahrhunderte vorgezeichnet. Aber handelt es sich hier nur um Erkenntnis oder auch um das Schöne? Und wenn es sich auch um das Schöne handelt, welche Rolle hat es beim Aufdecken der Zusammenhänge gespielt? Erinnern wir uns wieder an die eine antike Definition. Die Schönheit ist die richtige Übereinstimmung der Teile miteinander und mit dem Ganzen. Dass dieses Kriterium auf ein Gebilde wie die Newton'sche Mechanik im höchsten Maße zutrifft, braucht kaum erklärt zu werden. Die Teile, das sind die einzelnen mechanischen Vorgänge. Vorgänge. Jene, die wir durch Apparate sorgfältig isolieren, ebenso wie jene, die im bunten Spiel der Erscheinungen unentwirrbar vor uns ablaufen. Und das Gesetz ist eben das einheitliche Formprinzip, dem sich alle diese Vorgänge fügen und das von Newton in einem einfachen System von Axiomen mathematisch festgelegt worden ist. Einheitlichkeit und Einfachheit sind zwar nicht genau dasselbe, aber die Tatsache, dass in einer solchen Theorie dem vielen das eine gegenübergestellt wird, dass in ihm das viele vereinigt wird, hat doch wohl von selbst zur Folge, dass sie von uns auch zugleich als einfach und schön empfunden wird. Die Bedeutung des Schönen für das Auffinden des Wahren ist zu allen Zeiten erkannt und hervorgehoben worden. Der lateinische Leitsatz simplex sigillum veri Das einfache ist das Siegel des Wahren steht in großen Lettern im Physikhörsaal der Universität Göttingen als Mahnung für jene, die Neues entdecken wollen und der andere lateinische Leitsatz pulchritodo splendor veritatis Die Schönheit ist der Glanz der Wahrheit kann auch so gedeutet werden, dass der Forscher die Wahrheit zunächst an dem Glanz an ihrem Hervorleuchten erkennt. Noch zweimal in der Geschichte der exakten Naturwissenschaft ist dieses Aufleuchten des großen Zusammenhangs das entscheidende Signal für den bedeutenden Fortschritt geworden. Ich denke hier an zwei Ereignisse in der Physik unseres Jahrhunderts die Entstehung der Relativitätstheorie und der Quantentheorie. In beiden Fällen ist eine verwirrende Fülle von Einzelheiten nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen um Verständnis fast plötzlich geordnet worden. Als ein zwar reichlich unanschaulicher aber doch in seiner Substanz letztendlich einfacher Zusammenhang auftauchte der durch seine Geschlossenheit und abstrakte Schönheit unmittelbar überzeugte alle jene überzeugte die eine solche abstrakte Sprache verstehen und sprechen können. Aber wir wollen den historischen Hergang jetzt nicht weiter verfolgen sondern lieber ganz direkt fragen was leuchtet hier auf? Wie kommt es dass an diesem Aufleuchten des Schönen in der exakten Naturwissenschaft der große Zusammenhang erkennbar wird noch bevor er in den Einzelheiten verstanden ist bevor er rational nachgewiesen werden kann? Worin besteht die Leuchtkraft und was bewirkt sie im weiteren Verlauf der Wissenschaft? Vielleicht sollte man hier zunächst an ein Phänomen erinnern das man die Entfaltung abstrakter Strukturen nennen kann Es kann am Beispiel der Zahlentheorie erläutert werden von der schon am Anfang die Rede war aber man kann auch auf vergleichbare Vorgänge in der Entwicklung der Kunst hinweisen Für die mathematische Begründung der Arithmetik der Zahlenlehre genügen einige wenige einfache Axiome die eigentlich nur genau definieren was Zählen heißt Aber mit diesen wenigen Axiomen ist doch schon die ganze Fülle der Formen gesetzt die erst im Laufe einer langen Geschichte ins Bewusstsein der Mathematiker getreten sind die Lehre von den Primzahlen von den quadratischen Resten von den Zahlen Konkurrenzen und so weiter Man kann sagen dass sich die mit den Zahlen gesetzten abstrakten Strukturen erst im Laufe der Geschichte der Mathematik sichtbar entfaltet haben dass sie die Fülle von Sätzen und Zusammenhängen hervorgebracht haben die den Inhalt der komplizierten Wissenschaft der Zahlentheorie ausmachen In ähnlicher Weise stehen ja auch am Anfang eines Kunststils etwa in der Architektur gewisse einfache Grundformen zum Beispiel der Halbkreis und das Quadrat in der romanischen Architektur Aus diesen Grundformen entstehen im Laufe der Geschichte neue kompliziertere auch veränderte Formen die doch irgendwie als Variationen zum gleichen Thema aufgefasst werden können und so entfaltet sich aus den Grundstrukturen eine neue Weise ein neuer Stil des Bauens Man hat das Gefühl dass diesen ursprünglichen Formen durch die Entfaltungsmöglichkeiten schon zu Beginn angesehen werden können denn sonst wäre es kaum verständlich dass viele begabte Künstler sich sehr schnell entschließen diesen neuen Möglichkeiten nachzugehen eine solche Entfaltung der abstrakten Grundstrukturen hat zweifellos auch in den Fällen stattgefunden die für die Geschichte der exakten Naturwissenschaften aufgezählt habe dieses Wachstum das Entwickeln immer neuer Zweige hat bei der Newton'schen Mechanik bis sie die Mitte des letzten Jahrhunderts gedauert in der Relativitätstheorie und der Quantentheorie haben wir ähnliches in diesem Jahrhundert miterlebt und das Wachstum ist noch nicht abgeschlossen dabei hat der Prozess in der Wissenschaft wie in der Kunst noch eine wichtige soziale und ethische Seite denn an ihm können viele Menschen aktiv teilnehmen wenn im Mittelalter eine große Kathedrale gebaut werden sollte so waren viele Baumeister und Handwerker beschäftigt sie waren erfüllt von der Vorstellung von Schönheit die durch die ursprünglichen Formen gesetzt war und sie waren durch ihre Aufgabe gezwungen im Sinne dieser Formen genaue sorgfältige Arbeit zu leisten in ähnlicher Weise hatten in den zwei Jahrhunderten nach der Newton'schen Entdeckung viele Mathematiker Physiker und Techniker die Aufgabe einzelne mechanische Probleme nach den Newton'schen Methoden zu behandeln Experimente auszuführen oder technische Anwendungen vorzunehmen und auch hier wurde stets äußerste Sorgfalt verlangt um das im Rahmen der Newton'schen Mechanik Mögliche zu erreichen vielleicht darf man allgemein sagen dass durch die zugrunde liegenden Strukturen in diesem Falle die Newton'sche Mechanik Richtlinien gezogen oder sogar Wertmaßstäbe gesetzt werden an denen objektiv entschieden werden kann ob eine gestellte Aufgabe gut oder schlecht gelöst worden ist gerade dadurch dass hier präzise Forderungen gestellt werden dass der Einzelne durch kleine Beiträge mitwirken kann an dem Erreichen großer Ziele dass über den Wert seines Beitrags objektiv entschieden werden kann entsteht die Befriedigung die von einer solchen Entwicklung für den großen beteiligten Kreis von Menschen ausgeht daher darf man auch die ethische Bedeutung der Technik für die heutige Zeit nicht unterschätzen aus der Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik ist zum Beispiel auch die Idee des Flugzeugs hervorgegangen der einzelne Techniker der irgendein Teilgerät für das Flugzeug konstruiert der Arbeiter der es herstellt weiß dass es auf die äußerste Genauigkeit und Sorgfalt bei seiner Arbeit ankommt dass vielleicht sogar das Leben vieler Menschen von seiner Zuverlässigkeit abhängt daher gewinnt er den Stolz den eine gut geleistete Arbeit gewährt und er freut sich mit uns an der Schönheit des Flugzeugs wenn er empfindet dass in ihm das technische Ziel mit den richtigen angemessenen Mitteln verwirklicht ist Schönheit ist so lautete die nun schon mehrfach zitierte antike Definition die richtige Übereinstimmung der Teile miteinander und mit dem Ganzen und diese Forderung muss auch in einem guten Flugzeug erfüllt werden aber mit diesem Hinweis auf die Entfaltung der schönen Grundstruktur auf die ethischen Werte und Forderungen die im geschichtlichen Verlauf der Entfaltung später auftauchen ist doch die vorhergestellte Frage noch nicht beantwortet was denn in diesen Strukturen aufleuchtet woran der große Zusammenhang erkannt wird noch bevor er rational im Einzelnen verstanden ist dabei soll von vornherein die Möglichkeit eingeschlossen werden dass auch dieses Erkennen Täuschungen unterliegen kann aber dass es dieses ganz unmittelbare Erkennen gibt dieses Erschrecken vor dem Schönen wie es bei Plato im Phaedros heißt daran kann wohl nicht gezweifelt werden unter allen denen die über diese Frage nachgedacht haben scheint Einigkeit darüber bestanden zu haben dass dieses unmittelbare Erkennen nicht über das Diskursive das heißt rationale Denken erfolgt ich möchte hier zwei Äußerungen zitieren die eine von Johannes Kepler von dem vorhin die Rede war die andere aus unserer Zeit von dem Zürcher Atomphysiker Wolfgang Pauli der mit dem Psychologen C.G. Jung befreundet war Der erste Text steht in Keplers Werk Kosmische Harmonie und lautet jenes Vermögen das die edlen Missverständnisse in dem sinnlich gegebenen und den anderen außerhalb seiner gelegenen Dinge wahrnimmt und erkennt ist dem unteren Bezirk der Seele zuzurechnen Es ist sehr nahe dem Vermögen das den Sinnen die formalen Schemata liefert oder noch tiefer also dem bloß vitalen Vermögen der Seele welches nicht diskursiv das heißt in Schlüssen denkt wie die Philosophen und sich keiner überlegenen Methode bedient da er nicht bloß den Menschen eigenen ist sondern auch den wilden Tieren und dem lieben Vieh innewohnt Nun könnte man fragen woher jenes Seelenvermögen das am begrifflichen Denken nicht teil hat und daher auch kein eigentliches Wissen von harmonischen Verhältnis haben kann die Fähigkeit haben soll in der Außengewalt gegebenes zu erkennen denn erkennen heißt das sinnlich wahrnehmbare außen mit den Urbildern innen vergleichen und es damit als übereinstimmend zu beurteilen hoch 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 hat hierfür einen sehr schönen Ausdruck in den Bildern des Erwachens wie aus einem Traum so wie nämlich die in der Außenwelt sinnlich gegebenen Dinge uns diejenigen die wir vorher im Traum wahrgenommen haben in Erinnerung bringen locken auch in der Sinnlichkeit gegebene mathematische Beziehungen jene intelligiblen Urbilder hervor die schon von vornherein innerlich gegeben sind so dass sie jetzt wirklich und leibhaftig in der Seele aufleuchten wenn sie vorher nur nebelhaft in ihr vorhanden waren wie aber sind sie ins Innere gelangt hierauf antworte ich so fährt Kepler fort alle reinen Ideen oder Umformbeziehungen des Harmonischen wie die bisher besprochenen wohnen denen inne die zu ihrer Erfassung fähig sind aber sie werden nicht erst durch ein begriffliches Verfahren ins Innere aufgenommen vielmehr entstammen sie einer gleichsam triebhaften reinen Größen Anschauung und sind diesen Individuen eingeboren wie dem Formprinzip der Pflanzen etwa die Zahl ihrer Blütenblätter oder die Zahl der Fruchtkammern dem Apfel eingeboren ist Soweit Kepler Er weist uns hier auf Möglichkeiten hin die schon im Tier und Pflanzenreich gegeben sind auf angeborene Urbilder die das Erkennen von Formen herbeiführen In unserer Zeit hat besonders Portman solche Möglichkeiten geschildert Er beschreibt etwa bestimmte Farbmuster die im Gefieder von Vögeln verwirklicht sind und die doch nur dann einen biologischen Sinn haben können wenn sie auch von den anderen Vögeln dieser Art wahrgenommen werden Die Fähigkeit zur Wahrnehmung muss also wohl ebenso angeboren sein wie das Muster selbst Man kann hier auch an den Gesang der Vögel denken Zunächst wird hier biologisch wohl nur ein bestimmtes akustisches Signal gefordert sein das etwa der Partnersuche dient und das vom Partner verstanden wird Aber in dem Maße in dem die unmittelbare biologische Funktion an Wichtigkeit verliert kann es zu einer spielerischen Erweiterung des Formenschatzes kommen zu einer Entfaltung der zugrunde liegenden Melodienstruktur die dann als Gesang auch ein so artfremdes Wesen wie den Menschen entzückt Die Fähigkeit dieses Formenspiel zu erkennen muss jedenfalls der betreffenden Vogelart angeboren sein sie bedarf sicher nicht des diskursiven rationalen Denkens Dem Mensch ist hier um ein anderes Beispiel zu nennen wahrscheinlich die Fähigkeit angeboren gewisse Grundformen der Gestensprache zu verstehen und etwa danach zu entscheiden ob der andere freundliche oder feindliche Absichten hegt eine Fähigkeit die für das Zusammenleben der Menschen von größter Bedeutung ist Ähnliche Gedanken wie bei Kepler sind in einem Aufsatz von Wolfgang Pauli ausgesprochen Pauli schreibt der Vorgang des Verstehens in der Natur sowie auch die Beglückung die der Mensch beim Verstehen das heißt beim Bewusstwerden einer neuen Erkenntnis empfindet scheint demnach auf einer Entsprechung einem zur Deckung kommen von präexistenten inneren Bildern der menschlichen Psyche mit äußeren Objekten und ihrem Verhalten zu beruhen Diese Auffassung der Naturerkenntnis geht bekanntlich auf Plato zurück und wird auch von Kepler in sehr klarer Weise vertreten Dieser spricht in der Tat von Ideen die im Geist Gottes präexistent sind und die der Seele als dem Ebenbild Gottes mit eingeschaffen wurden Diese Urbilder welche die Seele mit Hilfe eines angeborenen Instinktes wahrnehmen könne nennt Kepler archetypisch Die Übereinstimmung mit dem von C.G. Jung in die moderne Psychologie eingeführten als Instinkte des Vorstellens funktionierenden urtümlichen Bildern oder Archetypen ist sehr weitgehend Indem die moderne Psychologie den Nachweis erbringt dass jedes Verstehen ein langwieriger Prozess ist der lange vor der rationalen Formulierbarkeit des Bewusstseins Inhalts durch Prozesse im Unbewussten begleitet wird hat sie die Aufmerksamkeit wieder auf die vorbewusste archaische Stufe der Erkenntnis gelenkt Auf dieser Stufe sind an klaren Stellen von Begriffen Bildern mit starkem emotionalen Gehalt vorhanden die nicht gedacht sondern gleichsam malend geschaut werden Insofern diese Bilder ein Ausdruck für einen geahnten aber noch unbekannten Sachverhalt sind können sie entsprechend der von C.G. Jung aufgestellten Definition des Symbols auch als symbolisch bezeichnet werden Als anordnende Operatoren und Bildner in dieser Welt der symbolischen Bilder funktionieren die Archetypen eben als die gesuchte Brücke zwischen den Sinneswahrnehmungen und den Ideen und sind demnach auch eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung einer naturwissenschaftlichen Theorie Jedoch muss man sich davor hüten dieses a priori der Erkenntnis ins Bewusstsein zu verlegen und auf bestimmte rational formulierbare Ideen zu beziehen Pauli schildert dann noch im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen dass Kepler die Überzeugung von der Richtigkeit des kopernikanischen Systems primär nicht auf den einzelnen astronomischen Beobachtungsergebnissen gewonnen habe sondern aus der Übereinstimmung des kopernikanischen Bildes mit einem Archetypus der von C.G. Jung als Mandala bezeichnet wird und der auch von Kepler als Symbol der Heiligen Dreieinigkeit gebraucht wird Gott steht im Zentrum einer Kugel als das primär Bewegende die Welt in der der Sohn wirkt wird mit der Oberfläche der Kugel verglichen und der Heilige Geist entspricht den Strahlen die vom Mittelpunkt zur Kugeloberfläche laufen natürlich gehört es zum Wesen dieser Urbilder dass man sie nicht eigentlich rational oder etwa gar anschaulich beschreiben kann wenn Kepler die Überzeugung von der Richtigkeit des kopernikanischen Systems also auch aus solchen Urbildern gewonnen hat so bleibt es doch eine entscheidende Voraussetzung jeder brauchbaren wissenschaftlichen Theorie dass sie hinterher der empirischen Nachprüfung und der rationalen Analyse standhält shipwille dieser Stelle sind die Naturwissenschaften in einer glücklicheren Lage als die Künste das für die Naturwissenschaft ein unabdingbares und unerbitterliches Wertkriterium gibt dem sich keine Arbeit entziehen kann Das kopernikanische System die keplerschen Gesetze und die newtonsche Mechanik haben sich hinterher bei der Deutung der Erfahrungen der Beobachtungsergebnisse und in der Technik in einem solchen Umfang und mit einer solch extremen Genauigkeit bewährt, dass an ihrer Richtigkeit seit Newtons Principia nicht mehr gezweifelt werden konnte. Aber es handelt sich doch auch hier um eine Idealisierung, so wie Plato es für notwendig gehalten und Aristoteles es getadelt hat. Das hat sich in voller Deutlichkeit erst vor etwa 50 Jahren herausgestellt, als man aus den Erfahrungen in der Atomphysik erkannte, dass die newtonsche Begriffsbildung nicht mehr ausreicht, um an die mechanischen Phänomene im Inneren der Atome heranzukommen. Seit der Planck'schen Entdeckung des Wirkungsquantums im Jahre 1900 war in der Physik ein Zustand der Verwirrung entstanden. Die alten Regeln, nach denen man über zwei Jahrhunderte lang die Natur erfolgreich beschrieben hatte, wollten nicht mehr zu den neuen Erfahrungen passen. Aber auch diese Erfahrungen selbst waren sich widersprüchlich. Eine Hypothese, die sich in einem Experiment bewährte, versagte in einem anderen. Die Schönheit und Geschlossenheit der alten Physik schien zerstört, ohne dass man aus den oft divergierenden Versuchten einen wirklichen Einblick in neue und andersartige Zusammenhänge hätte gewinnen können. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, den Zustand der Physik in jenen 25 Jahren nach Plancks Entdeckung, die ich als junger Student noch miterlebt habe, mit den Zuständen der heutigen modernen Kunst zu vergleichen. Aber ich muss gestehen, dass sich mir dieser Vergleich immer wieder aufdrängt. Die Ratlosigkeit bei der Frage, was man mit den verwirrenden Erscheinungen tun solle, die Trauer über die verlorenen Zusammenhänge, die doch immer noch so überzeugend aussehen, all dieses Unbefriedigende hat doch das Gesicht der beiden zu verschiedenen Bereiche und Epochen in ähnlicher Weise bestimmt. Dabei handelt es sich offenbar um ein notwendiges Zwischenstadium, das nicht übersprungen werden kann und das die spätere Entwicklung vorbereitet. Denn, so heißt es bei Pauli, jedes Verstehen ist ein langwieriger Prozess, der lange vor der rationalen Formulierbarkeit des Bewusstseinsinhalts durch Prozesse im Unbewussten eingeleitet wird. Die Archetypen funktionieren als die gesuchte Brücke zwischen den Sinneswahrnehmungen und den Ideen. In dem Moment aber, in dem die richtigen Ideen auftauchen, spielt sich in der Seele dessen, der sie sieht, ein ganz unbeschreiblicher Vorgang von höchster Intensität ab. Es ist das staunende Erschrecken, von dem Plato im Phaedros spricht, mit dem die Seele sich gleichsam an etwas zurückerinnert, was sie unbewusst und doch immer schon besessen hatte. Kepler sagt, Geometria ist Archetypus pulchreditunis mundi. Die Mathematik, so dürfen wir wohl verallgemeinend übersetzen, ist das Urbild der Schönheit der Welt. In der Atomphysik hat sich dieser Vorgang vor nicht ganz 50 Jahren abgespielt und hat die exakte Naturwissenschaft wieder in den Zustand harmonischer Geschlossenheit unter ganz neuen Voraussetzungen zurückgebracht, der für ein Vierteljahrhundert verloren gegangen war. Ich sehe keinen Grund, warum Ähnliches nicht auch eines Tages in der Kunst geschehen sollte, aber man muss wohl warnend hinzufügen, so etwas kann man nicht machen, es muss von selbst geschehen. Verehrte Anwesende, ich habe Ihnen diese Seite der exakten Naturwissenschaft geschildert, weil an ihr die Verwandtschaft zu den schönen Künsten am deutlichsten sichtbar wird und weil hier dem Missverständnis vorgebeugt werden kann, es handle sich in Naturwissenschaft und Technik nur um die genaue Beobachtung und um das rationale, diskursive Denken. Zwar gehören dieses rationale Denken und das sorgfältige Messen zur Arbeit des Naturforschers sowie Hammer und Meißel zur Arbeit des Bildhauers, aber sie sind in beiden Fällen nur Werkzeug, nicht Inhalt der Arbeit. Vielleicht darf ich ganz am Schluss noch einmal an die zweite Definition des Begriffs Schönheit erinnern, die von Plotin stammt und in der von den Teilen und dem Ganzen nicht mehr die Rede ist. Die Schönheit ist das Durchleuchten des ewigen Glanzes des Einen durch die materielle Erscheinung. Es gibt wichtige Epochen der Kunst, zu denen diese Definition besser passt als die erstgenannte, und oft sehnen wir uns nach solchen Epochen zurück. Aber in unserer Zeit ist es schwer, von dieser Seite der Schönheit zu sprechen, und vielleicht ist es eine gute Regel, sich an die Sitten der Zeit zu halten, in der man zu leben hat und über das schwer Sagbare zu schweigen. Eigentlich sind die beiden Definitionen ja auch nicht allzu weit voneinander entfernt. Lassen wir es also bei der ersten, mehr nüchternen Definition der Schönheit bewenden, die sicher auch in der Naturwissenschaft verwirklicht wird, und stellen wir fest, dass sie in der exakten Naturwissenschaft ebenso wie in den Künsten die wichtigste Quelle des Leuchtens und der Klarheit ist.